Ich bin in Antibes. Ich bin zwei Wochen hier. Ich bin letzte Woche angekommen und fliege wieder am Samstag zurück. Ich mag sie sehr, weil am Nachmittag gibt es immer Ausflüge, zum Beispiel Lasertag hat mir gefallen und heute gehe ich auch regeln. Ich finde, Antibes ist eine schöne Stadt, weil es Meer, man kann schön eine Abkühlung, weil sonst etwas warm ist. Das Picasso Museum ist auch sehr schön. Ich bin hier in einem A1 Kurs, aber ich finde, ich lerne hier auch etwas. Ich war davor in einem A1 Kurs und jetzt habe ich mich verbessert und bin in einem A1. A2 Kurs. Ich möchte gerne Französisch lernen, weil ich finde es eine sehr schöne Sprache und wir gehen auch immer in Urlaub nach Frankreich. Hier und Antibes. Ich fand es einfach schön, die Gegend. Ich mag auch sehr gerne Macarons. Die sind sehr lecker. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal hierher kommen würde, obwohl eigentlich schon. Ich würde gerne hierher kommen, weil es ist sehr schön. Ich bin nur ein bisschen chaotisch, aber sehr lustig. Man lernt auch nette Leute kennen. Au revoir und tis. Ich bin nur ein bisschen schaffst. Es hat eine sehr schönenhalt, eine sehr lustige Sprache und ich bin auch nicht so großartig.